Und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Teil von Mario Tennis Rieses im Online-Turnier. Ich bin von Lühe, Games als Hobby, und wir versuchen es jetzt nochmal weiter mit der Standardgruppe, also mit Energie. Ach stimmt, wir haben einen neuen Monat. Oh, und ab diesem Monat gibt's Birdo. Okay, interessant. Okay, schauen wir mal. Neuer Monat, neues Glück. Mal schauen, ob man wieder irgendwo dann ein Turnier gewinnt, ob hier oder in der Einfachgruppe. So, wenn man das Licht angewacht kann man mich auch besser sehen. Komm, wir suchen unseren ersten Gegner. Und da hat schon sogar jemand den Birdo. Die Birdo, nicht den. Marilyn. Das Geräusch vom Birdo habe ich echt vermisst. Ah, schon wieder vergessen. Bin ja nicht eine Alphacruppe. Aua. Scheiße, ich hab nicht genug Energie. Na toll. Ich vergesse jetzt diesen Trickschlag. Gibt's doch nichts. Zu lang entwöhnt. Da ist der erste Mal Birdo, das war Mario Kart Doppel-Dash. Das ist auf der Gamecube, soweit ich weiß. Zumindest für mich. Ich weiß gar nicht, wo es sonst Birdo gegeben haben soll. Aber wie gesagt, ich glaube, das letzte Mal war Mario Kart Doppel-Dash auf der Gamecube. Und das Geräusch von der habe ich echt vermisst. Klingt fast wie so ein Schei, geil. So ein Schei. Ich vergesse diesen Tricklack, als das gibt's nicht. Oh. Der hätte eigentlich kriegen müssen, ey. Ich bin ein Schei. Ach warum? Warum will der mal aufladen? Das gibt es doch nicht. Oh, meine Arten sehen ja schlimm aus. Das ist so ein Fisch gewaschen, der ist zu dick. Okay. Was ist denn normal? Oh, Mensch. Warum schlägt der denn nicht? Ich habe doch nicht mal den Knopf gedrückt halten, um den Schlag aufzuladen. Meine Güte, was ist das für ein Gegner? Oh, Mensch. Typray schon wieder, das gibt's doch nicht. Schon wieder acht Minuten dabei hier. Nein! So ein Mist. Ach, komm schon. Das gibt's doch nicht. Nein! Ich reagiere doch richtig drauf, was soll ich denn machen? Das gibt's nicht. Unfassbar! Na toll! So ein Shit. So gutes Spiel, dann leider doch so verloren. Ja. Sof. Sof, jetzt. Sof. Sof. Sof, jetzt. Sof. 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 Roll! Hier! Juhu! Aufhol die Arsch! Oh! Zu weit weg! Scheiße! Jawoll! Brrr! Na toll! Jawoll! Scheiße! Oh Mann ey! Ich mein gutes Spiel Marilyn! Das war echt heftig! Boah! Meine Güte! Das war aber auch echt knapp! Elf Minuten Spiele! Krass! So, das kann ich auch bei Erdo spielen! Werde ich aber nicht! Was will ich mit viel Zeit? Pfff! Okay, das war's dann mit diesem Teil! Elf Minuten, wenn ich jetzt nochmal so ein langes Spiel mache, sind wir auf jeden Fall über der Zeit! Puff! Das war's! Das heißt also, das war's mit Mario! Tennis Aces auf Nintendo Switch für heute! Meine Güte, was ist das Spiel? Und ich muss echt diesen Trickschlag wieder reinkriegen! Also, dass wir diesen, ne, plötzlich so rüberrutschen und Donnerschlagen erwischen oder sowas! Wie halt eben im Einfachgruppe diesen Hechtsprung, so ist es hier dieser Trickschlag und den muss ich hier wieder hinkriegen unbedingt! Ansonsten habe ich echt Schwierigkeiten! Diesmal habe ich's hin und wieder hinbekommen, aber oft auch wieder vergessen! Am Anfang zumindest! Aber es wird! Okay, ich bin von Neuer, Game Passers Hobby und ich hoffe es hat euch gefallen! Ihr könnt mir mit einem Daumen nach oben zeigen! Und, ähm... Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Teil! Wenn ihr neu bei mir seid, herzlich willkommen! Und ich würde mich auch natürlich über ein Abo von euch freuen! Und, wie gesagt, dann sehen wir uns beim nächsten Teil oder beim anderen Let's Play von mir! Und auf jeden Fall viel Spaß da bei mir! Und auf Wiedersehen! Und berühmten vier Sekunden, damit das Video nicht so abgehackt ist mit Zwischengeräte von mir! Und tschüss!